Sturm. Die Heimbilanz von Sturm Graz ist ganz ausgezeichnet, man hat nur einmal verloren, das war ungefähr vor zwei Monaten gegen Frau Reitz-Steier mit 3 zu 4. Die allgemeine Heimbilanz gegen die Wiener Austria, die schaut aber nicht so gut aus. 46 Spiele, davon hat man aber 16 Mal verloren. So, Herbert Prohaska wiederum konnte ein bisschen besser in die Zukunft schauen, konnte auch hoffen, denn er konnte die neuen Erwerbungen aus der UdSSR, Ivanauskas und Navekovas, heute zum ersten Mal in Graz einsetzen. Ja, und das ist Fall, dass Ivanauskas, der 23-jährige Angreifer, mit ihm hofft also die Austria offensiv wieder stärker zu werden, auch ein Duell der beiden Torhüter Otto Konrad und sein Gegenüber Franz Wohlvertritt dann ja um den zweiten Platz neben Michael Konsl im Nationalteam. Auch Gustl Starek besonders motiviert, er schied ja vor zwei Jahren im Unfrieden von der Austria. Sturm beginnt mit sehr viel Druck, Kurt Temm setzt sich hier durch und erzwingt den ersten Eckball für die Grazer Mannschaft. Kurz abgespielt von Tonhofer auf Sigurd Christensen, ein kraftvoller Antritt und erstmals wird Franz Wohlvert im Tour der Austria geprüft. Wieder die Grazer über Michael Kofler, Libero Petrovic und hier wird er gestoppt von Ivanauskas, Narbekowas erstmals am Ball, ein idealer Pass in den Raum für Stöger, aber der schießt zu überhastet und zu unplatziert. Das ist nach 16 Minuten erstmals Gefahr für das Sturm-Tor. Wieder Petrovic für die Grazer und ein Foul von Sekerlyoglu an Sigurd Christensen. Schiedsrichter Wieser entscheidet auch Freistoß. Eine sehr harte Attacke, insgesamt gibt es fünf gelbe Karten allesamt gegen die Austria. Pegam, ein gefährlicher Aufsetzer, aber einmal mehr leist Franz Wohlvert seiner Mannschaft ein sicherer Rückhalt. Nur selten kommen die Wiener zu guten Offensivaktionen, wie man sie von ihnen in den vergangenen Jahren immer gesehen hat. Hier die Russen Ivanauskas, die Eigner nochmals Ivanauskas und erst jetzt sehr spät kommt der Pfiff von Schiedsrichter Wieser. Er hat hier ein Foul von Tonhofer an Ivanauskas gesehen und das gibt Freistoß für die Wiener Austria. Stöger, Tschak, aber auch er hat bei seinen Distanzschüssen in den letzten Wochen kein Glück. Die spielbestimmende Mannschaft bleibt aber ganz klar. Die Mannschaft des Esker Sturm, angetrieben von Regisseur Christensen, Direktspiel von Holzer und im letzten Augenblick ist hier Wohlfahrt schneller als Wettel am Ball. Mit diesen schnellen Aktionen können die Grazer die kombinierte Raum- und Manndeckung der Wiener in der Endphase der ersten Hälfte etliche Male aufreißen. 5.500 Besucher sehen dieses Spiel und hier haben wir erstmals Narbekowas, ein antrittsschneller, technisch versierter Spieler, der auch die nötige Übersicht hat und der sich sicherlich in diesem Spiel besser als ein Landsmann in das Team der Austria integriert. Sekerlioglu, Doppelpass mit Stöger, wieder Sekerlioglu und bei diesem Schuss aufs Kurzeck hätte er beinahe Konrad überrascht, aber der Grazer Schlussmann wenig geprüft passt hier auf. Immer wieder gibt es Redituelle zwischen den Austria-Betreuern Robert Zahra und Herbert Prohaska. Mit Gustl Starek, man ist über viele Entscheidungen von Schiedsrichter Wieser geteilter Meinung. Stürm wird immer dann gefährlich, wenn die Mannschaft über die Flanken kommt. Hier weicht Kurt Tim geschickt aus. Ein idealer Pass auf Tonhofer und in der 37. Minute eine ganz große Möglichkeit für die Grazer, aber ebenso blendend pariert von Franz Wohlfahrt. Jetzt haben die Grazer ihre beste Zeit. Schöner Pass von Bega am Abwehrversuch von Pfeffer. Die große Möglichkeit für Dem spielt hier an Wohlfahrt vorbei und im entscheidenden Augenblick rutscht er auf dem seifig nassen Boden aus. Es bleibt zur Pause beim 0 zu 0, obwohl Stürm die wesentlich initiativere und stärkere Mannschaft war. Aber die Grazer nehmen diesen Elan aus den ersten 45 Minuten mit in die zweite Hälfte. Sehr überlegt der Pass von Bega am immer wieder Gefahr jetzt bei hohen Bällen. Wettel und ein herrlicher Reflex von Wohlfahrt verhindert hier die Führung des SK Stürm. Wettel wird jetzt von Minute zu Minute stärker, spielbestimmender, kann sich immer wieder von der Mann decken lösen. Wieder ein Kopfball von Wettel und der aufgerückte Verteidiger Michael Gruber mit einem guten Schuss, aber keine Probleme für Wohlfahrt, der sicherlich der beste Spieler der Austria an diesem Nachmittag ist. Weiter Pass diesmal vom Innenverteidiger Kugler auf den ständig rosierenden Harald Holzer. Schöne direkte Aktionen jetzt der Grazer, Flanke wieder von Gruber. Hörmann bleibt hier hängen, Anton Hofer hat einen schlechten Pass. Wettel schaltet sich ein, auf kleinstem Raum wird kombiniert Bega am Wettel und ein herrlicher Schuss und hier wäre wahrscheinlich auch alle Kunst von Franz Wohlfahrt zu spät gekommen, aber Wettel hat Pech im Abschluss. Dauerdruck in den zweiten 45 Minuten, die Austria kommt kaum in die Hälfte der Grazer. Auch im Zweikampfverhalten ist die Sturmmannschaft wesentlich stärker, denn auf Koschak gespielt, der Mitte der ersten Hälfte anstelle des verletzten Christensen ins Spiel genommen wurde. Tonhofer ein vorbildlicher Kapitän, ebenso Petrovic der älteste Spieler in der Mannschaft, immer wieder mit diesen beiden Passis an die Strafranggrenze. Möglichkeit jetzt für Koschak und das hätte das 1 zu 0 sein müssen, aber auch Koschak lässt diese Riesenchance ungenützt. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, wann der erste Treffer für die Grazer fällt. Petrovic immer wieder mit geschickten Passis an die Flanken, das ist das richtige Rezept gegen die Wiener. Koschak versetzt hier Frindt, aufgelegt für Temm und in der 76. Minute das 1 zu 0 für die Grazer. Eine hochverdiente Führung, ein herrlich herausgespieltes Tor vor weit von Koschak und keine Abwehrmöglichkeit für Franz Wohlfahrt im Tor der Austria. Riesenjubel unter den 5500 Besuchern und dann bringt Herbert Prohaska eine dritte Sturmspitze mit Rupert Marco. Nochmals versucht die Austria ein Unentschieden aus dieser Partie zu holen. Hörmann auf Ivanauskas gespielte in der zweiten Hälfte kaum mehr zu sehen ist. Eine gefährliche Flanke. Konrad und Marco rutschen vorbei und Sturmsieg hochverdient mit 1 zu 0. Freude auf den Ringen, aber auch Komplimente aus dem Lager des Gegners. Ich muss sagen, wir waren 90 Minuten die klar unterlegene Mannschaft. Sturmer 90 Minuten besser als wir. Sie haben besser Fußball gespielt, sie haben mehr gekämpft, sie sind mehr gelaufen. Und der Sieg müssen wir noch froh sein, also die Niederlage, dass wir nur 1 zu 0 verloren haben. Man hat sich gerade erwartet, dass man mit den beiden neuen Sowjetrussen, mit Nabeckowas und Ivanauskas heute vielleicht für Furore sorgen kann. Es ist sicherlich schwer für neue Spieler, bis sie in die Mannschaft integriert sind. Ein Urteil zu diesen beiden neuen Legionären. Jetzt ein Urteilabzug ist sicherlich schwer, denn sie sind erst ein paar Tage bei uns. Man hat schon gesehen, dass sie vielleicht eine Verstärkung für uns sein können. Aber man muss sich abwarten. Ich erkenne Sie schon, Sie haben eine Woche trainiert im Sommer. Da waren Sie sehr, sehr stark und ich hoffe, dass Sie diese Form finden. Es ist sicherlich immer ein ganz besonderes Gefühl gegen die Wiener Austria zu gewinnen, denn wenn man so ein bisschen in den analen Blättern, die Wiener sind ja der Angstgegner von Sturmen. Ja, wir haben aber jetzt in letzter Zeit daheim sehr gut gespielt gegen die Austria. Wir haben jetzt das letzte Mal 2 zu 0 gewonnen. Es ist immer eher ein Problem, wenn wir auswärts gegen die Wiener Vereine spielen. Da haben wir größere Probleme daheim. Lauft es in letzter Zeit nicht so schlecht. Na gut, auf alle Fälle, die Austria hat es nicht geschafft, an Tirol heranzukommen oder dran zu bleiben. Jetzt zum Schluss.